hey liebe tigler endlich wieder eine neue woche von your weekly dose of crossfit und diese woche hat es tatsächlich wieder in sich jetzt macht es sinn sich nach der challenge endlich wieder voll darauf zu konzentrieren der montag geht los mit weights und run das heißt wir haben hier ein wunderschönes back squat hang power snatch run workout jede runde von den sechs runden beginnt mit 200 meter laufen für alle und dann nehmen wir ein paar back squats weg weil wir nehmen das vom boden auf in den nacken 12 in der x kategorie 9 in der fitness kategorie und 6 hang power snatches respektive 5 hang power snatches das ist das gleiche gewicht das heißt da ist man ein bisschen limitiert von einem der beiden faktoren aber genauso soll es sein sehr sehr schönes workout alle die denken sie laufen gut werden tatsächlich geflasht sein davon was dieses diese gewichte mit ihnen machen beim laufen und umgekehrt wer gerne gewicht heben macht weiß das ist natürlich ein bisschen stress zu laufen kombination sensationell wer sagt ich würde mich lieber komplett aufs laufen konzentrieren das laufwort am montag also morgen mit janik ist auch der knaller wir treffen uns nicht an der box achtung hier auch noch mal der hinweis wir treffen uns beim river café und werden einen berg zu laufen ein bergtraining machen den philosophen weg rauf für alle levels geeignet gute pausen möglichkeiten drin es geht darum sein laufen zu verbessern dafür ist die stunde da also gerne wahrnehmen ist in eversports auch drin der dienstag gymnastics tag voll und ganz in der variante hier fünf runden 30 sekunden on 30 sekunden off mit toes to bow oder knee raises mit push up pull ups und noch mal einer variante drauf einarmig in der planke zu sein mit clapping push ups dann kurz sogar abzuheben oder plank shoulder taps da ist eine ganze menge drin viel zeit für gutes training wer noch eins drauf setzen wird immer noch in dem handstand push up monat in der melding movement stunde so viel gutes training dafür das ist ein komplettes gymnastik tag überlegt euch ob euer körper die kapazität hat beide stunden zu machen oder ob es vielleicht besser wäre eine stunde davon zu nehmen und die maximal auszunutzen der mittwoch heavy day den accessory part aus unserem accessory month habe ich euch aber auch mit dazu geschrieben weil es ganz ganz wichtig ist zu wissen was da noch passiert es gibt keinen finisher dafür diesen accessory part 5x5 front squats klassischer kraftaufbau am mittwoch und dazu machen wir handstand push up training auch hier und pull up training mit dazu in wunderbaren skalierungs möglichkeiten so dass ihr das beste dabei raus holt donnerstag eine dummbell in der hand every two minutes on the minute für acht runden 16 minuten training mit push jerks hängt power cleans und deadlifts mit einer unilateralen bewegung weil nur in einer hand die dummbell super training dafür beide seiten sich anzugleichen gleich stark zu werden viel spaß dabei und der freitag wer gesagt hat die pistols sind mir schwer gefallen hier ist genau das training high skill training mit kettlebell weighted step ups was die beine ebenfalls unilateral wieder stärkt und einer muscle up variante also eine muscle up stunde wir werden uns um den muscle up auch kümmern in dieser stunde weil der weighted step up recht simpel ist und wir finden auch eine gute variante für die skalierungen wenn ihr durch seid mit diesen drei runden was fast ein sprint es gibt es den nächsten finalen sprint mit einmal 500 meter roll all out nach dem workout samstags iwt wir haben sind ein bisschen am feilen gerade dran denn die stunde die werden die wird noch nachgeliefert und am sonntag dann wer es übertragen möchte eine pistol stunde oder hier die alternative elevated back lunges das ist ihr stehen erhöht kombiniert mit einer mitleid übung und handstand walk training was in wall walks in der fitness kategorie mündet eine woche die alles beinhaltet in der ihr euch raussuchen könnt was am sinnvollsten ist donnerstag wie gesagt auch noch zusätzlich die weightlifting class für alle die es möchten ich glaube da bleibt kein auge trocken beziehungsweise ihr habt die maximale auswahl an crossfit bei crossfit schmelztiegel